Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Giveaway und Auslosungsvideo in dieser Woche. Es ist wieder Sonntag, 12 Uhr und wir haben natürlich wieder eine Frage aufzulösen. Die Frage war, was denkt ihr? Manche haben geschrieben, dass sie Hunger haben. Einer wollte sich GTA 5 kaufen. Der eine meinte, ich hätte dunkle Haare und so weiter und so fort. Wer das alles so im Einzelnen war, das sehen wir jetzt. Mitgemacht habe Luca Fauli, Fraser80, Outside Gameworks, Limey, Psychotrickser, K1LP, Freddo, Marcel Neuwöhner, Teddy, Drachenfreund, Mika Verhagen, Besterzog, Max Asko, Franziska Mainzer, Yannick S., Mark Hergert, Gorn Diego, 1123, TheRealSean, Sammy112, Lasse Abrams und Navel. I am salty. Und mal sehen, wer der Gewinner ist. Drachenfreund hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, das ist dein Preis. Da so viele mitgemacht haben, ich habe den Drachenfreund mal aus der Liste geschmissen, damit die anderen auch noch eine Chance haben. Ich bin gut drauf heute. Ich habe echt gute Laune. Ich hau das zweite Spiel raus. Und gewonnen hart. Lasse Abrams. So, das ist auch dein Preis. Damit ihr eure Spiele bekommt, schreibt ihr mich bitte bei YouTube privat an. Geht dafür auf die Kanal-Info von meinem Kanal, Nachricht senden und dort meldet ihr euch bitte. Dann bekommt ihr euren Key, bestätigt mir, dass ihr den Key eingelöst habt und freut euch auf eurem Preis. Kommen wir zur Frage für die neue Woche. Da habe ich überlegt, was könnte man schönes fragen? Die Frage leitet, an welchem Ort der Erde würdet ihr jetzt gerade in diesem Moment sein? Also, schreibt es nur bei YouTube unter dieses Video, wo hier werte ich die Stimmen aus, nur hier erzähle ich die Stimmen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute.